Starten wir heute mit den Cake News. Gerade hochgeladen vor 10 Minuten oder so, 9 Minuten. Schauen wir direkt rein. Im Optimalfall sogar mit Ton. Ah ne, hier ist es stumm. Zu den besten News in YouTube Deutschland, herzlich willkommen zu den Cake News. Es wird wahrscheinlich bald der nächste Streamer exposed und aller Wahrscheinlichkeit nach ist es Amar. Skrulls hat ja bereits während der Ani-Thematik gepostet, dass bald die nächste Bombe platzen wird. Und auch Trimax hat in einem Stream folgendes gesagt. Ich sag, das ist nicht die einzige Bombe, die dieses Jahr platzen wird. Ich bin gespannt, ich hoffe, ich bin es nicht. Aber ich glaube, dafür bin ich zu irrelevant. Was könnte man über mich veröffentlichen? Passendes T-Shirt also, ja bei KuchenTV. Wow, das macht Spannung. Das ist auch sehr schön ausgeschnitten hier tatsächlich, dieser Clip, also an den Cutter von KuchenTV. Ich finde es auch schön, dass man hier tatsächlich diesen geblurrten Bereich sieht, anstatt den Kopf. Also wirklich, war mir auch wichtiger, dass man hier unten das lesen kann. Ich bin es mal wieder. Achso, ja, T-Tag. Jetzt können die Leute tuscheln. Die Hinweise verdichten sich, dass es sich hierbei um den Streamer Amar handeln soll. Denn der war ja bei dem Kanal die Allerjutesten dabei. Gemeinsam mit Inscope und Sympathisch TV, Tim Gabel, Marc Eggers und Ron Bilecki. Jetzt haben sie den Kanal allerdings dicht gemacht und einen neuen Kanal aufgemacht mit dem Namen Die Rhinos. Und da haben sie auch ihr erstes Video hochgeladen, wo sie etwas sehr, sehr Spannendes am Anfang sagen, beziehungsweise auch, was sie nicht sagen. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, bei den Jutzen kamen sehr, sehr lange keine Videos. Wir haben eine Pause gemacht. Das hatte gewisse Gründe. Und an dieser Stelle müssen wir euch leider mitteilen, dass dieses Projekt nicht mehr weitergeht. Ich weiß, viele Leute erwarten. Also haben sie, warte mal. Die haben das Format beendet und ein ähnliches Format neu gestartet, aber mit einer Person weniger. Hm. Hm. Das klingt schon ein bisschen saß. Also ja, es ist irgendwie smarter, als eine Person rauszuschmeißen. Wahrscheinlich gibt es weniger Spekulationen. Aber wahrscheinlich ist es doch nur ein Umgehen, oder? Also. Jetzt hier, was ist da vorgefallen? Was ist da passiert? Es ist einfach privat. Wir haben keinen Bock, darüber zu reden. Wir wollen das einfach nicht thematisieren. Wichtig ist uns zu sagen, Ron ist ein guter Freund von uns. Ähm, ja, mit dem ist alles cool. Wir freuen uns immer, wenn wir ihn sehen. Und vielleicht wird er hier und da auch mal Gast sein in den Videos. Während sie hier ganz klar sagen, also mit Ron ist wirklich alles cool. Richtig geiler Typ. Der macht doch noch manchmal mit. Wird er mal in diesem Video halt wirklich überhaupt nicht erwähnt. Oder auch, Hermann? Ach so, sie haben zwei rausgeschmissen. Und dann so gesagt, ja, aber mit dem einen von den beiden verstehen wir uns ja noch. Am Anfang sagen sie ja, dass da einige private Dinge vorgefallen sind, die sie jetzt aber nicht in die Öffentlichkeit stellen wollen. Natürlich hat das Ganze dafür gesorgt, dass jetzt erstmal Spekulationen an den Start gegangen sind. Unter anderem hat Rewi dann auf Twitter folgenden Tweet geliked. Ich sage, Amar ist mit jemandes Ex fremdgegangen. Rewi hat dazu allerdings bereits schon ein Statement abgegeben. Warte. Mit jemandens Ex? Also warte mal, das ist ja dann... Basically ist er mit jemandem fremdgegangen, die nicht Jungfrau ist, oder? Weil... Na gut. Ja, oder die halt noch nie in einer festen Beziehung war. Weil sonst ist die Aussage... Also ansonsten ist die Aussage relativ inhaltsleer, oder? Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du mit irgendjemandem seiner Ex fremdgehst, wenn du mit jemandem fremdgehst. Also ich würde sagen, über 50% der Fälle halt. Und gesagt, dass das Ganze aus Versehen gewesen ist. Und er es sehr, sehr schade findet, was momentan für Gerüchte so rumgehen. Ich like... Also wenn ich auf Twitter mal was Problematisches like, immer aus Versehen. Ähm... Also wenn ich was wirklich liken möchte, gehe ich erstmal so aufs Profil und scrolle auf zwei Jahre zurück. Und schaue, ob die Person schon mal irgendwas Problematisches gemacht hat. Und dann würde ich es niemals liken. Aber falls ich was unbedacht like, bei einer Person, die problematisch ist, war es ein Versehen. Natürlich haben die Leute nach diesem Like versucht herauszufinden, wer denn da jetzt gemeint ist. Und eine Person, die deswegen sogar gehatet worden ist, obwohl das gar nicht bewiesen ist, war Honeypoo. Die wurde von vielen Leuten extrem angegriffen, weswegen sie im Stream dann folgendes Statement abgegeben hat. Warum werde ich in eine Scheiße mit reingezogen, wo ich gar nichts mit zu tun habe? Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. In irgendeiner Art und Weise. So, Revi, like dein Kommentar. Oh, was hat sie mit ihrer Hand gemacht? ...kommentar, wo es darum geht. Ich glaube, Amar ist mit einer Ex-Freundin fremdgegangen. Deswegen wurde ich in Verbindung gebracht. Mit einer Ex-Freundin oder mit seiner Ex-Freundin? Weil alles andere würde irgendwie so wenig Sinn ergeben an der Aussage. Hat jemand aus dem Chat geschrieben. Ich habe nicht ein eigenes... Denkt ihr, ich habe keine eigenen Entscheidungen zu treffen? Als ob ich mit jeder Person rum... Hä? Warte, 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 warte. Jetzt will sie auch noch eine eigene Entscheidung treffen? Als Frau? Das geht mir hier ein bisschen zu weit. Äh, wirklich Hannipo. Vögel. Erstmal Willi, Sydney, jetzt Amar. Wen noch? Ich habe mit Amar, by the way, das allererste Mal einen Reliefestream vor kurzem erst. So, ich habe nichts mit... Ja, sagt ja auch niemand, dass ihr das gleich streamen müsst. Amar, ich hatte noch nie was mit Amar. Ich werde nie was mit Amar haben. Ich weiß, glaube ich, weil ich habe gestern noch rumtelefoniert, welche Person gemeint ist mit dem Tweet von Revi. Ich hoffe, dass er das dann auch klarstellt. Oder dass von ihm noch so etwas kommt wie... Ey, ich habe das geliked, weil ich meinte die und die Person. Ansonsten mache ich es. Und auch ich kann euch natürlich nur bitten, greift keine Creatorinnen oder auch Creator an. Denn momentan sind das alles einfach nur Mutmaßungen. Man weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Ja, also greift keine Creatorinnen an, außer sie erlauben es euch. Und irgendjemanden jetzt fertig zu machen für etwas, was er vielleicht gar nicht getan hat, das ist nicht die feine Art. Was mir hierbei auch aufgefallen ist, ist, dass sie ja gesagt hat, dass sie wahrscheinlich sogar weiß, um welche Person es sich handelt. Das Ganze klingt also eigentlich nicht wie ein Versehen, sondern so, als ob es diese Situation wirklich gegeben hat. Nur es ist halt nicht Honeypoo. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob da in den nächsten Wochen noch irgendwas veröffentlicht wird. Hier muss man allerdings auch einfach mal die Rhinos kritisieren. Denn jetzt im Nachhinein beschweren die sich natürlich darüber, dass halt diese ganzen Gerüchte gestreut werden. Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn man nicht möchte, dass da irgendwas spekuliert wird, dann ist es nicht optimal, so ein Statement zu machen, wo man zu einer Person was sagt und dann zur anderen nicht. Also das ist ja dann irgendwie klar, dass die Personen zwangsläufig, ja, dass über die Personen dann Spekulationen losgehen. Das ist irgendwie ganz natürlich. Die Rhinos haben ja alles dafür getan, dass genau dieser Fall eintritt. Wenn du ein neues Statement hochlädst und da sagst, jo, zwei Leute sind raus, aber mit dem einen, alles cool, mega, und es sind aber private Dinge vorgefallen, wir reden nicht darüber, dann ist es klar und vollkommen normal, dass gemutmaßt wird und dass Gerüchte entstehen. Gerade wenn man dann noch solche Tweets liked. Also entweder ihr sagt einfach gar nichts dazu oder ihr haut es halt direkt raus, damit keine Gerüchte entstehen. Ja, vor allem wenn man sich zu einer äußert und zu anderen nicht, das macht's extra sass. Also ist auf jeden Fall nicht optimal kommuniziert, wenn man das nicht möchte. Ron hat dann ebenfalls aus seinem Kanal ein Statement hochgeladen, was an Unlustigkeit und Cringeheit wirklich nicht zu überbieten ist. Das Ganze ist... Boah, ich verstehe auch gar nicht, was Leute an Ron Beletsky feiern. Also das ist irgendwie so, keine Ahnung. Es ist so ein unangenehmer Typ, der irgendwie drogensüchtig ist. Warum schaut man sich den unironisch an? Ein 6-Minuten-Video, was er Statement genannt hat, aber was halt kein Statement ist. Das Ganze war einfach nur dämliches Getrolle. Ich würde euch gerne irgendwas zeigen, damit ihr es euch vorstellen könnt, aber das ganze Video ist sowas von unnötig und peinlich, wirklich. Also wie kann man so unlustig sein? Phoebe hat sich dann ebenfalls in einem Stream zu der ganzen Amar-Sache geäußert und gesagt, dass sie auch schon negative Erfahrungen mit ihm gemacht hat. So viel sagen, dass ich auch nicht gut mit dem lieben Amar anzusprechen bin, Chad. Sie ist nicht gut, mit ihm anzusprechen? Da war vieles damals im Hintergrund, was sehr krass ist, wo es auch fett vor Gericht ging mit einer fetten Summe damals. Also das ist alles so mäßig privat, aber es war damals noch was mit Wave und so. Klingt schon nach was etwas Heftigerem, wenn es vor Gericht ging. Also was, wie die mir, wie viele erwachsene Menschen, wo ich damals 16 war, mir die Hölle, mir das Leben zur Hölle gemacht haben und mir so eine fette Geldsumme, also gegen mich, sag ich mal, jetzt nicht gehetzt haben, aber halt einfach was, ne, ihr wisst schon, vor Gericht war geisteskrank. Obwohl ich nichts falsch gemacht habe, also das ist krank. Was genau vorgefallen ist, das können wir natürlich nicht sagen. Allerdings hat Phoebe dann am Abend ein neues Statement hochgeladen, wo dann nochmal klargestellt worden ist, hey, das hätte ich eigentlich nicht sagen sollen und das war auch gar nicht so schlimm, wie ich das im Stream gesagt habe. Wirkt meiner Meinung nach aber irgendwie nicht so glaubwürdig, aber wir gehen erstmal weiter. Amar hat übrigens sowohl auf Twitch als auch auf Instagram schon ein Statement dazu hochgeladen und auch da gucken wir natürlich mal ganz kurz rein. Ich wünsche den Jungs vom Herzen einfach nur das Aller, Allerbeste. Da wünsche ich denen ganz viel Erfolg mit, da wünsche ich denen ganz viel... Womit wurde Amar eigentlich groß? Ich habe den nie so wirklich wahrgenommen. Also der ist ja jetzt ziemlich groß und er ist bei allen Events dabei und so weiter. Ich habe aber dem seinen, ja, wie er so aufkam, wie er in diesen Mainstream gekommen ist, wie er groß wurde, habe ich überhaupt nicht mitbekommen bei ihm. Der war einfach auf einmal so da und dann war er groß. Aber davor habe ich ihn nie wahrgenommen und actually nehme ich ihn jetzt immer noch nicht, weil er hat keine Ahnung. Ich kriege überhaupt nichts von ihm mit. Viel Spaß mit, wir werden viele neue, diverse Sachen ausprobieren und wir haben uns die Hände geschüttelt und gesagt, ey, wir gehen jetzt getrennte Wege, weil es einfach... Das ist unhygienisch. ...noch Meinungsverschiedenheiten gibt und weil man sich auch nicht wegen, wegen jetzt irgendwie Fame, Klicks oder Geld oder sowas jetzt gegenseitig ausschlachten muss. In so einem unnötigen Drama, was ihr erzeugen wollt, was es nicht gibt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da appelliere ich bitte an euch alle, bitte interpretiert nicht so viele Sachen rein, die es dann nicht gibt. Gleich hat er dann quasi auch nochmal auf Instagram gepostet, dass er den Jungs alles Gute wünscht, dass man sich mit einem Händeschütteln verabschiedet hat und dass da wirklich alles in Ordnung ist. Ja gut, aber das ist doch auf jeden Fall, also wenn es stimmt, natürlich immer unter der Voraussetzung, dann ist das doch eigentlich ganz gut. Die Frage ist natürlich, was halt jetzt stimmt und was nicht, das können wir logischerweise nicht sagen. Was ich ebenfalls herausgefunden habe, weder Trimax noch Amar sind noch Geschäftsführer bei AMA Studios, obwohl die das ja damals mitgegründet haben. Dort gibt es übrigens gerade 80% Rabatt. Ich kriege zwar kein Geld dafür, aber ist mir so bei der Recherche aufgefallen. Also jetzt gibt es bei KuchenTV hier noch die Rabattcodes der Woche, oder was? Was genau passiert ist, können wir natürlich alle nicht sagen. Und ich will Amar auch gar nichts vorwerfen, denn ich fand ihn eigentlich immer sympathisch. Wir haben ja auch mal Kaffee und Kuchen gedreht. Aber, dass da wirklich nichts passiert ist und man sich mit einem Händeschütteln einfach getrennt hat aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, wirkt meiner Meinung nach nicht so. Erstmal hat Hanipu ja mehr oder weniger irgendwas geleakt. Dazu dann Phoebe, die ja erst was Krasses im Stream gesagt hat, dann aber zurückgerudert ist und dann natürlich noch das Rino-Statement, wo ja schon gesagt worden ist, dass irgendwas krass Privates vorgefallen ist und die Tatsache, dass Amar in diesem Video gar nicht erwähnt wurde. Ich kann mir vorstellen, reine Mutmaßung, nehmt das jetzt nicht als Fakt, dass eventuell Amar im Hintergrund zum Beispiel versucht, die Wogen zu glätten, indem man versucht, das Ganze privat zu klären, damit eben... Okay, also das, was jetzt kommt, ist Fakt. Ich finde, ihr solltet alles, was jetzt kommt, als Fakt interpretieren, wenn es KuchenTV sagt. ... nichts öffentlich wird oder vielleicht auch durch Managementgeschichten hin und her schreiben und so weiter. Aha, so ist das also. Okay, gut zu wissen. Irgendwie versucht wird, dass die ganzen Sachen privat bleiben. Wie gesagt, ich weiß es nicht, kann auch sein, dass tatsächlich gar nicht mal so viel passiert ist. Meiner Meinung nach sprechen die Fakten aber dagegen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Thema. Es gibt einen neuen Beef unter Twitch-Streamern und zwar... Sorry. Crunch Cupcake X. Gut, das gibt schon mal eine Abmahnung, denn ich bin der einzige Kuchen hier. Und Farbenfuchs. Crunchy aka Anni... Oh, Farbenfuchs. Die kennt man doch, oder? ... hat nämlich einen sehr langen Twitter-Thread gepostet, wo sie Farbenfuchs einige Vorwürfe gemacht hat. Unter anderem behauptet sie, dass sie die letzten fünf Monate nicht am Start gewesen ist, wegen Dingen, die mit Farbenfuchs vorgefallen sind. Ebenfalls soll sie aufgrund dessen auch die Diagnose schwere Depressionen mit Panikattacken bekommen haben. Die Sache fühlt sie auch noch ein bisschen aus und sagt, dass sie auch sehr, sehr oft Albträume hat, dass sie nicht richtig schlafen konnte und dass sie sich in letzter Zeit erstmal um ihre Gesundheit kümmern musste. Vorgefallen soll sein, dass Farbenfuchs immer mal wieder sehr übergriffige, verletzende Kommentare gedroppt hat und es... Farbenfuchs war doch damals die Geschichte mit, ähm... Warte mal. Farbenfuchs, die kennt man doch. Die hat man doch schon mal gehört. Die war schon mal in sowas verwickelt. Da gab es doch irgendwie Vorwürfe gegenüber... Flesk, genau, Flesk heißt ja. Und die meinte irgendwas mit Fergie und dann meinte er so, ne, die haben nochmal drüber geredet, das war ein falscher Vorwurf oder das war nicht richtig so ausgedrückt. Und dann hat es sich... Ich glaube, dann hat Freiraumrehe zu Flesk gestanden. Und gemeint, dass Farbenfuchs häufiger schon mal irgendwie Blödsinn gelabert hat oder so. Ich glaube, ich glaube, das war es. So im ganz Groben. Soweit ich weiß, haben einige dann gesagt, dass Farbenfuchs unglaubwürdig wäre oder sowas in die Richtung. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr ganz genau. Ist jetzt aus dem Gedächtnis. Also, nimmt alles, was ich sage, jetzt als Fakt an. Von ihrer Seite aus auch immer wieder Lästereien gegenüber Freunden gegeben hat. Auch hinter dem Rücken von Anni soll Farbenfuchs gelästert haben. Aufgrund dessen hat sie sich distanziert und es gab wohl auch nie ein klärendes Gespräch mit diesen Vorwürfen. Im November 23 auf einer Messe soll Farbenfuchs dann allerdings trotzdem versucht haben, Kontakt zu Anni aufzubauen, was sie nochmal sehr stark zurückgeworfen hat, weil sie sich ja absichtlich distanziert hat und das nicht eingehalten wurde. Sie hat dann noch geschrieben, dass man sie nicht mit ihren Verbindungen bringen soll und dass sie derzeit in Therapie ist. Farbenfuchs hat dazu auch ein Statement gepostet. Allerdings hat sie mich blockiert, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Da kommt wohl jemand mit Kritik. Ja, aber ein Zweitaccount wird Kuchen doch wohl haben, oder? Also, ich habe einen Zweitaccount. Ich werde nicht verraten, wie der heißt, aber damit kann ich ab und zu auch bei Shuyoka und Co. reinschauen. Also, an sich könnte ich das ja auch screenshotten und dann trotzdem drauf eingehen. Mache ich halt nicht, weil ich mich selten da rein einlogge. Dementsprechend hilft das Blockieren schon ein bisschen was. Aber so schwer ist das jetzt nicht, mit einem anderen Account irgendwie, ja, mit einem anderen Account irgendwie auf Twitter noch Sachen zu lesen. Liegt nicht ganz so gut klar. Das heißt, wir kommen zum nächsten Thema. Nein, Spaß, aber trotzdem idiotisch. Als ob ich keinen Zweitaccount habe. Wirklich so dumme Menschen. Farbenfuchs schreibt dazu, dass es schon länger ein belastendes Verhältnis gewesen ist. Vor allem aber auch, dass man beim Punkt Cosplay als Beruf einfach verschiedene Ansichten hatte. Die Einzelheiten möchte Farbenfuchs aber für sich behalten. Beim Kontakt auf der Messe im November 2023 soll der Grund gewesen sein, dass Crunchy Farben... Also, ich bin der Meinung, das Patent für Cosplay hat generell Annie the Duck. Die hat das erfunden. Und dementsprechend sollte jeder, der in Zukunft auch Cosplay machen möchte, sich die Lizenz bei Annie the Duck kaufen müssen. Das ist so im Groben meine Meinung. Weil, ich meine, gab es vor Annie the Duck Cosplay? Ich glaube nicht. Niemand außer Annie darf Cosplay machen. Sehe ich genauso. Niemand. Außer Annie erlaubt es. So mit Lizenzgebühren und so. Farbenfuchs 450 Euro geschuldet hat. Und obwohl sie öfter angeschrieben wurde und gebeten wurde, das Geld wieder zurückzuzahlen, wurde das Ganze bis dahin nicht gemacht. Weswegen Farbenfuchs dann den Kontakt gesucht hat. Dazu schreibt sie noch, dass sie es sehr unverhältnismäßig findet, dass diese Sachen der Auslöser für eine schwere Depression mit Panikattacken sein sollen und da wahrscheinlich andere Dinge, die zu dieser Symptomatie geführt haben, einfach weggelassen worden sind. Aber immerhin, der offene Betrag von 450 Euro wurde tatsächlich bereits beglichen. Bauhaus, eine Freundin von Crunchy, die die Vorwürfe gegen Farbenfuchs erhoben hat, hat dann noch in einigen Tweets geschrieben, dass sie es sehr, sehr schade findet, dass die Seite von Farbenfuchs jetzt einfach alles als Lüge und falsche Tatsachen hinstellen möchte. Denn für einige Aktionen soll es wohl auch Augenzeugen geben. Näher wurde dazu aber bisher noch nichts gesagt. Ja, hier steht tatsächlich einfach Aussage gegen Aussage. Keine Ahnung. Ich fühle, also klar, die Sachen sind wahrscheinlich alle für die einzelnen Personen wichtig und so weiter, möchte ich auch gar nicht absprechen. Aber so prinzipiell habe ich schon eher ein Problem damit, dass immer mehr so private Streitigkeiten und so weiter jetzt in die Öffentlichkeit gezogen werden. Ich finde, das sollte eigentlich viel häufiger in einem privaten Call, in einem Treffen, was auch immer geklärt werden, als immer gleich auf Twitter. Klar, wenn man keine andere Möglichkeit mehr hat und die andere Person irgendwie anfängt rumzustichen oder Sachen zu veröffentlichen, das ist ein Punkt. Auf jeden Fall, da sehe ich das absolut ein. Aber ansonsten häufiger mal privat klären. Ja, das hat, das gibt alles so Reality-TV-Vibes, genau. Ich kann mir da ehrlicherweise keine Meinung zu bilden, beide ziemlich peinlich. Aber ich halte euch hier auf jeden... Du hast ja keine Ahnung, was alles privat bleibt. Ja, das stimmt. Aber gerade wird es immer mehr öffentlich. Auf jeden Fall auf dem Laufenden. Was sagt ihr dazu? Farbenfuchs natürlich auch seit der Flesch-Thematik nicht mehr wirklich glaubwürdig. Aber das, was Crunchy geschrieben hat, sollte eigentlich keine schwere Depression mit Panikattacken auslösen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es kommt halt immer darauf an, was heißt auslösen. Es kann halt manchmal so sein, dass Menschen generell schon psychisch eher ziemlich starke Probleme haben oder relativ starke Probleme. Und dann kommt noch irgendwas on top und das bringt dann das Fass zum Überlaufen. Das kann natürlich sein. Das heißt, es hat schon irgendwie bedingt, aber das hat nicht alleine, also es ist nicht monokausal der einzige Grund, warum es zu dieser Depression kam. Muss wahrscheinlich mehr passiert sein. Naja, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare und wir kommen zum letzten Thema. Shuyoka ist endlich wieder da, meine Freunde. Die Content-Spirale kann sich weiter drehen. Noch eine Runde, Runde. Shuyoka hat seit zwei Monaten wieder gestreamt. Wollen wir uns das eigentlich komplett anschauen? Da könnten wir eigentlich drauf reagieren. Ey, wenn jetzt endlich mal... Warst du auch im Stream? Ja. Wenn jetzt endlich mal About the Fruit vorbeikommen würde, dann würden wir uns vier Stunden, ähm, vier Stunden Shuyoka anschauen, hier zu zweit. Und wir würden uns dann besaufen und werden dann von Twitch gesperrt. Was haltet ihr von dem Plan? Runde, 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 Runde. Neben etlichen Tweets, die ich höchstwahrscheinlich nächste Woche in einem Video bearbeiten werde, freut euch auf jeden Fall drauf, hat sie jetzt auch wieder angefangen auf Twitch... Nö, to be honest, ach komm. ...zu Livestreamen. Also das mit dem Gebanntwerden brauchen wir ja nicht machen. Und da sagt sie zu Tobias Hoch und zum Thema Aktivstreamen das hier. Ich werde ab Dienstag nächste Woche wieder regelmäßig streamen. Guck mal, da kann man sich schon wieder drüber aufregen. Ich meine, wenn ihr auf dieses Bild hier schaut, das ist quasi sexuelle Belästigung. Automatisch. Mich würde interessieren, was Polytopia dazu sagt, aber wenn wir mal hier... Guck mal, es ist quasi die Bildmitte so ungefähr. Und schon ist es sexuelle Belästigung, wenn ihr das Bild anschaut. Danke dafür. Dienstag nächste Woche ist Stichtag. Mein Video zu hoch kommt hoffentlich nächste Woche. Zu hoch. Also ich glaube nicht, dass es noch länger braucht. Das ist fertig aufgenommen. Also ab nächster Woche Dienstag könnt ihr euch wieder freuen, täglich. Ich werde sowas von nächste Woche Dienstag hier am PC sitzen und dieses Video anschauen und mir die Finger gleichzeitig dabei wundtippen im Skript schreiben und danach direkt aufnehmen. Joka Streams anzugucken, freut sich da irgendwer drüber, ich weiß gar nicht. Außerdem soll das geplante Video über Tobias Hoch, was schon vor zwei Monaten rauskommen sollte, jetzt endlich erscheinen. Und Joka, du wirst es wahrscheinlich sehen, bevor du mich strikst, wäre cool, wenn du mir sagst, wenn ich nicht darauf reagieren darf. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass das in Ordnung sein wird, wäre auf jeden Fall cool. Naja, wahrscheinlich sind ja Clips von Tobias Hoch drin. Dann kannst du ja schlecht gleichzeitig seine Clips verwenden und anderen dann verbieten, ihre Clips zu verwenden. Also ich glaube, das dürfte kein Problem sein. Oh, sie verlässt ihr Umfeld, das könnt ihr gut tun. Das könnte ihr wirklich, wirklich gut tun, wenn sie von Frey Rumri und Co. wegkommt. Dann muss sie nur noch endlich Dave sagen, dass sie ihn nicht ranlässt. Das muss sie ihm einmal klar machen, auch wenn sie es wahrscheinlich schon jetzt immer noch nicht übers Herz gebracht hat. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass sich Joka irgendwann bessert. So müssen wir aber die Sache aufbauen. Erst weg aus diesem Büro, dann muss sie Dave das klar machen und dann können wir hoffen, dass es irgendwann besser wird. Dann hat Dave sie für sich alleine, finde ich nicht gut. Glaubst du ernsthaft, dass Dave, dass Dave, dass die Dave länger als irgendwie so eine Stunde in der Woche aushält oder so? Die können auch nicht mehr Kontakt haben, also maximal eine Stunde in der Woche. Ich meine, guck dir Dave an. Absolut niemand hält Dave Forzelot länger aus. Nicht mal Joka. Hast du das Büro mit Frey Rumri noch? Rein theoretisch habe ich es noch, aber rein praktisch gesehen ziehe ich da gerade Stück für Stück Technik raus. Das ist auch nicht die einzige Information. Anscheinend hat sie jetzt auch ihre Mitarbeiter entlassen. Ich glaube, die größte Erleichterung war einfach, dass beim Kündigungs... Ja, ich glaube, Dave auch. Dave schickt ihr bestimmt am Tag so, die Theorie habe ich auch. Auch Dave schickt ihr wahrscheinlich so am Tag 50 Discord-Messages mit so einzelnen Aussagen, Halbsätzen von Tobias Huch, KuchenTV, Jay Riddle und Co. Und sie zieht dann diese Clips in Twitter und kopiert so einfach den vorgeschriebenen Text, den ihr Dave geschickt hat. Und sie glaubt, das stimmt alles, weil sie nur die kurzen Clips sieht. Das Gespräch gefühlt, also das nicht nur gefühlt, sondern beim Kündigungsgespräch waren alle Beteiligten super sad. Ich habe halt das extra geführt, das war auch super krass, das erste Mal in meinem Leben ein Kündigungsgespräch führen. Ich habe das monatelang aufgeschoben. Ich habe einfach monatelang volle Gehälter bezahlt, obwohl ich gar keine Arbeit und keine Projekte mehr für meine MitarbeiterInnen hatte, weil ich gar nicht den Kopf hatte, irgendwas zu machen und einfach... Sie zeigt aber gut Ausschnitt. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Ich würde mal Polytopia fragen, ob das okay ist. Vielleicht hat er Probleme damit. Voll in so einem Struggle war von, was mache ich, aber ich mich auch so verantwortlich gefühlt habe. Aber ihr müsst wissen, Ausziehen ist sehr feministisch, weil Männer ja alle wollen, dass du dich nicht ausziehst. Also der Durchschnitt der Männer findet das ja schrecklich, halbnackte Frauen zu sehen. Deswegen ist das auch feministisch, wenn man sich auszieht. Peter Zwegert da wirklich richtig, richtig gute Arbeit gemacht hat. Danke auf jeden Fall dafür. Jetzt hat sie endlich mehr Geld übrig, um das in Sinnlose ab... Seit wann? Das ist seit immer so. ...Mannungen und Gerichtsprozesse zu stecken, da freue ich mich doch drüber. Auch über mich hat sie ein paar Worte verloren, und zwar das hier. Da habe ich mich halt gefragt, wie man mit sowas umgeht. Oh nein, oh nein. Wisst ihr, wer das ist? Er nimmt einfach schon wieder Clips von einem rechtsextremen Twitter-Account. Einfach von so einem Troll. Auf Twitter nimmt er die Clips jetzt. Der arbeitet einfach mit Rechtsradikalen zusammen, um gegen Schuyoka sein zu können. Und was mir am meisten geholfen hat, auch dadurch... Mit dem gab es doch schon mal Probleme. Dass ich jetzt drei Monate weg war, ihn einfach zu betrachten, wie jeden obszessiven Stalker im Internet, den Frauen halt mal haben. Nur, dass er halt eine Million Zuschauer hat, also eine Million Abonnenten auf YouTube hat, die halt ihm hinterherlaufen. Aber das Verhalten, das er an den Tag legt, erinnert mich halt echt super hart an Stalking. Einfach komplett obsessiv mit einer wildfremden Frau. Ich bin jetzt einfach ein Stalker. Also ich könnte jetzt natürlich den Schuyoka machen und dir eine Abmahnung dafür schicken. Aber wir lassen das einfach mal gut sein. Ich bin gerne der Stalker, der sich hier eine goldene Nase verdient. Das wirst du bestimmt rausschneiden und vor Gericht zeigen. Deswegen, Herr Richter, Sie sind der Beste. Das waren die News von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Kein Thanks, bye. Ja, also finde ich schlimm, dass KuchenTV die öffentlichen Streams von Shuyoka stalkt. Das geht gar nicht. Was fällt ihm ein, einfach die öffentlichen Videos da anzuschauen? Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das erste Thema war tatsächlich so lang wie ein eigenes Kuchen-Talks. Aber, ja, keine Ahnung, wird wahrscheinlich nicht super viel dabei rauskommen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Reaction wieder.